Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1453. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich muss ehrlich sagen, ich habe heute echt ein bisschen gegrübelt, denn wenn man, ist es euch vielleicht auch schon mal passiert, mit dem Auto irgendwo hinfährt und dann eine Hauptverkehrsstraße folgt, an der Seite ist ein Radweg, dann kommt der Fußweg, dann sieht man manchmal, dass da Radfahrer unterwegs sind. Und die überholen einen dann, wenn man an der roten Ampel steht, weil die Fußgänger kriegen ja ein bisschen früher grün und die Radfahrer natürlich auch. Und dann fährt man und dann überholt man die wieder, aber an der nächsten Ampel holen sie einen schon wieder ein. Nein, ich bin tatsächlich durch, naja, ich sage mal ein Viertel des Stadtgebiets gefahren und es war immer dieselbe Gruppe Radfahrer, die kurz hinter mir, neben mir oder kurz vor mir war. Kurz und gut, ich war mit dem motorisierten Fahrzeug nicht schneller als die auf ihren Fahrrädern. Und dabei waren die natürlich deutlich gesünder unterwegs, unterstelle ich mal zumindest, haben sie sich ja mehr bewegen müssen als ich. Ich musste nur sitzen und es hat mir dann echt zu denken gegeben, ich denke mal, ich werde in Zukunft öfter mal mit dem Rad fahren, um ja einerseits ein bisschen was für die Bewegung zu tun und andererseits ja um die Umwelt zu schonen, den Geldbeutel zu schonen, ja den Verkehr zu entlasten und weil es vor allen Dingen genauso schnell geht. Hätte ich nicht gedacht. Und weiter ging es dann in ein schönes Straßencafé. Leider mussten wir um 22 Uhr reingehen. So 10 Minuten vor 22 Uhr kam die Bedienung schon und sagte, also um 10 müssen wir leider alle Gäste reinbitten und wer jetzt schon mitkommt, der sichert sich noch die besten Plätze drinnen und so weiter und so weiter, bla bla, sind wir also rein. Und dann viel später, ich sag jetzt mal, na was viel später, 23 Uhr rum, haben wir dann das Lokal tatsächlich komplett verlassen und dann sind wir an anderen Straßencafés vorbeigekommen. Da saßen die Leute noch draußen, ja 23 Uhr, Leute noch draußen. Dann habe ich mich jetzt echt mal ein bisschen erkundigt. Es ist wohl so, es liegt an den Nachbarn. Ja, wenn die Nachbarn Stress machen, dann muss man schon um 22 Uhr rein und wenn man nette Nachbarn hat, dann darf man bis 23 Uhr draußen bleiben. Nur, es war in einer ausgemachten Kneipengegend. Und da muss man sich schon fragen, was war eigentlich zuerst da? Die Kneipe oder der Nachbar? Und ich wette, in vielen Fällen ist es die Kneipe, weil die da schon seit wahrscheinlich 100 Jahren ist und so lange kann dort noch kein Mensch leben, also zumindest nicht immer dieselben. Es ist echt nervig, wie wenig oder wie spaßresistent manche sind. Den anderen da einfach in die Suppe zu spucken oder den Spaß vergellen. Und es sind nun wirklich nicht so viele Tage im Jahr, wo man draußen sitzen kann. Also kapiere ich nicht, kapiere ich echt nicht. Aber vielleicht kennt ihr ja solche Nachbarn auch, die einem die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ihr sagt moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns dann morgen wieder. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.